Vielen Dank, meine Damen und Herren, wir haben die Gruppe für uns präsentiert. Hier ist natürlich Schuberska live im Konzert. Und das Ganze natürlich nicht alleine, sondern auch mit seinem Gitanist Martin Dachmesis. Auf Wiedersehen, meine Lieben, ein bisschen Applaus für eure Fragen hier. Ja! An der G und Straßen, die von den Mauer und unser Verstand. Und sie hat eine Nervenklinik, wie sie noch keiner gesehen hat. Und sie hat das Fassungsvermögen, als sie schon mal kauft, für die Stadt. Und sie hat das Fassungsvermögen, als sie schon mal kauft. Und sie hat das Fassungsvermögen, als sie schon mal kauft. Und sie hat das Fassungsvermögen, als sie schon mal kauft. Und sie hat das Fassungsvermögen, als sie schon mal kauft. Hey, 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 ich mag den Kumpel mehr weiter Ich mag den Kumpel mehr weiter Ich mag den Kimpel zur Stadt Alle Hey, 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 ich war so hoch auf der Leiter Alle, wenn ich ab Uwe, den Null, das Siefe Und dich aus dem Fernbe Die Zentrale der Sterne Auf der vierten Dimension Jemand lohnt den Kontakt auf Mir kam und gedacht auf Ist sie ein himmlischer Spion In der zweiten Nacht, in der sie bei mir war Rätselhaftes Licht auf ihrem Haar Schon wütend auf mich die verborgenen Kraftfelder ein Karolidee blickt der Glanz aus seiner anderen Welt Von Kopf bis Fuß, von Zauber auf Liebe eingestellt Fasse sie mit mir direkt in den Himmel hinein Ich rufe Die Licht ist gefährlich Die Zentrale der Sterne Auf der vierten Dimension Jemand lohnt den Kontakt auf In der Kaunen sind das Haus Ist sie ein himmlischer Spion Himmlischer Spion Auf der vierten Dimension Himmlischer Spion Auf der vierten Dimension Auf der vierten Dimension Auf der vierten Dimension Die Licht ist gefährlich Die Licht ist gefährlich Die Licht ist gefährlich Untertitelung des ZDF, 2020